Das Supreme Leader Snokke, Rey, Kylo Ren und die bestens ausgebildeten Elite-Präte in Ghats im Legis Star Wars Set Snokkes Thronsaal die Kräfte messen. Die spannende Szene aus dem Film Star Wars, die letzten Jedi diente diesem Legis Star Wars Set als Vorbild, das den Thronsaal an Bord von Snokkes Star Destroyer mit drehbarem Thron, Funktionen zum Betätigen der Drehtürans des Gleitbodens, Geheimfächer für Snokkes Schätze und Ausrüstung sowie fünf Lego-Minifiguren enthält. Enthält fünf Lego-Minifiguren, Rey, Kylo Ren, Supreme Leader Snokke und zwei Elite-Präte in Ghats. Enthält Snokkes drehbarem Thron, unter dem sich ein Geheimfach befindet, zwei Ausrüstungsfächer und mit einem Drehknauf betätigte Funktionen zum Drehen der Tür und zum Bewegen des Bodens. Wagen des Benedetti Res acabar ist nun Sven y Tribüne dieses Totes Highest Anders bes겼et. Wagen des Drehknaufs .